Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Unturned, ja. Ich habe hier noch ein paar kleine Sachen eingefügt, nämlich guck mal hier so ein Garagentor, da so ein paar Pfeiler, weil hier immer sonst der Zombie spawnt, der hat mir letztens schon hier den ganzen Pillar und die Wand und den Boden zerlegt. Ja, der war ziemlich angepisst und ihr wundert euch sicher, dass mein Auto grün ist. Wir haben ein anderes Auto, wie soll man sagen, ich hatte so einen Unfall, offscreen leider. Und dabei ist das Auto leider etwas zerstört worden, nicht? Und ich bin hier mal so ein bisschen offscreen rumgerannt und habe mal ein bisschen was gefarmt, nicht? Und da ist unter anderem auch was cooles bei einem Wooden Shutter, wo meine Nase juckt, so. Wooden Shutter, hier, ne? Da sind nämlich dann so Fensterläden. Ah! Oder dieses Metal Shield, was ich noch hatte, da hat er damit auch eine sehr gute Idee. Das kann man ja hier so hinstellen, dann kann man hier hinterher rumballern und dann kann einen eigentlich keiner treffen, so, ne? Oh, meine Nase! Ah! Ah, Entschuldigung. So, ähm, was mache ich denn heute in der Folge? Crafte ich weiter oder was mache ich, oder was mache ich, was mache ich, was mache ich? Äh, ich brauche eigentlich Pillars, deshalb werde ich jetzt erstmal Pillars craften. Ähm, wenn ich denn dafür noch genug Material am Start habe, aber das sieht schlecht aus. Ähm, dann, hab ich hier noch irgendwas? Ne? Da vielleicht? Ne, da auch nicht? Ne? Ne, 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 ne. Äh, aber ich könnte, glaube ich, erstmal noch ein bisschen weiter hier sortieren. Wie viel Platz habe ich hier noch? Da sind Waffen drin, da ist sowas drin, da ist sowas drin, da habe ich noch ordentlich Platz. Äh, äh, und ich habe jetzt auch gerade hier den 20 Kilo Rucksack auf, ne? Weil ich brauchte halt, wo ich Holz gesammelt habe, nicht so unbedingt viel, ähm, äh, 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 verschiedene Slots, sondern mehr Platz, nicht? So, die Magnum, das nehmen wir mit, Machete, äh, habe ich hier gerade nicht noch irgendwo Zielfernrohre? Ich habe doch hier irgendwo Zielfernrohre, ich wollte doch gerade sagen. Zielfernrohre, Batterien, Nightwishon-Goggles, ich gucke mal, weil ich da hinten noch alles unterkriege. Dann kann ich das hier nämlich alles mal ein bisschen neu sortieren, was auch, glaube ich, Sinn machen würde. So, was haben wir denn hier? Gucken wir doch nochmal. Was war das jetzt hier? Das war ein Swift-Magazin und das ist ein Swift-Magazin. Und ich gucke jetzt nochmal, ob ich die nicht zusammenkriege, weil mit manchen Munitions, äh, 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 Magazin geht's nämlich, habe ich gemerkt. Und mit manchen leider dann doch nicht, ne? Das ist natürlich suboptimal. Kann ich die hier stapeln? Nein. Sechsfach-Zoom kann ich nicht stapeln. Toll. Okay, schmeißen wir erstmal das alles hier rein. Den werde ich vorne bei Werkzeug hin tun, genauso wie das alles. Was habe ich hier noch? Ich glaube eigentlich, hm, hm, hm. Äh, hier mache ich jetzt erstmal nur Waffen rein, wirklich. Crossbow, hier, diese Juri-Magazine konnte man nämlich zusammenfügen. Ich weiß nicht, woran es liegt, genau. So, die Machete behalte ich mal einfach nur aus, aus, aus Coolness-Faktor, ja. Und hier drüben, da sind dann die Explosives. Hier sind so Dinger, hier sind auch noch Waffen. Gucken wir, ob ich hier noch so alles reinkriege. Ja, nix mehr. Das ist natürlich super. Äh, Swift-Magazins. Passt da vielleicht nur sieben rein? Da wäre natürlich jetzt eine Überlegung wert, ob es da dran liegt, ne? Äh, wie viel Platz haben wir denn hier? So, egal. Ich schmeiße das erstmal alles hier rein noch. Hier habe ich ja auch noch was. Die ganzen Magazine hier rüber. So. Hier ist jetzt alles voll. Jetzt kann ich die beiden Waffen noch hier reindrücken. Was habe ich jetzt hier? Ist jetzt hier Muni? So, das packen wir noch hier rein. Und dann packe ich erstmal die Waffe noch da rein, ne? Äh, nehme ich nie mit? Brauche ich auch irgendwie nie. So, also, warum, warum soll ich die ja mitnehmen, ne? Okay, äh, wo sind meine Bolzen? Ich glaube, das hatte ich irgendwo hier reingelegt. Wie viel habe ich hier noch? Drei Bolzen. Aber ich würde mir gerne noch so ein paar Fackeln machen. Aber ich habe jetzt echt lange kein Scrap-Metal und sowas mehr gefunden. Und das, das nervt mich ein bisschen, um ehrlich zu sein. So, hier ist Holz. Hier ist, guck mal, da habe ich sogar noch fünf Kisten. Schaut mal, die nicht hier drüber so an der Wand machen kann. Das wäre auch noch irgendwie awesome, so. Äh, so, erstmal einen groben Überblick verschaffen, was ich habe. Ich habe auf jeden Fall genug Cloths. Brauche ich nicht mehr mitnehmen. Duct Tape habe ich auch genug. Äh, ich hätte gerne irgendwo... Ah, hier vorne. Da könnte ich doch mal, ähm... So, ich nehme erstmal den anderen Rucksack jetzt wieder. Der hat zwar weniger Kapazität, aber mehr Slots, ne? Hatte ich ja gesagt. So, hier vorne mache ich mal einen Rucksack-Kiste rein. Hier sind Canteens, Dosen. Und hier ist jetzt schon alles Benzin. Also Benzin habe ich jetzt genug. Brauche ich nicht mehr mitnehmen, die scheiß Kanister, ne? Und ich werde jetzt einfach mal losgucken. Und mal gucken, dass ich ein bisschen Scrap-Metal kriege. So. Guck mal, kann man einfach da rausfahren. Vollkommen geil. Ne? Okay. Dann fahren wir mal wieder los in die Stadt. Und gucken aber nur nach Scrap-Metal. Wie voll ist das Auto? 90%? Gut. Ich habe aber Durst. Das ist nicht so gut. Da muss ich irgendwo auch im Weg gleich was zu trinken mitnehmen. Oh, ich konnte nicht. Ich... Ne. War nix mit ausweichen. So, weil ich will nämlich natürlich noch mehr von diesen... Ich weiß nicht mehr, wie die Torches hießen. Habe ich schon wieder vergessen. Die hatten so einen komischen Eigennamen, meine ich. So, jetzt bremse ich hier. Und jetzt schleiche ich die alle kaputt. So. Guck mal, da kommt ja noch einer an. Schlawinert, ey. Hä? Hä? Hörst du? So. Alle tot. Warte, haben wir hier Wasser? Oh, vergammeltes Wasser. Das ist natürlich nicht so schön. Okay, warte mal hier. Potato Chips. Die werde ich erstmal direkt fressen. Boah, ich hab... Das nervt so. Meine Nase juckt so. Ah, meine blöde Katze. Die Kala, ne? Die kommt immer an und dann so... Oh, dann schmust die so. Und dann hast du überall ihre kleinen Haare in der Fresse hängen. Ja? Da hast du einfach keinen Bock drauf. So, Muni nehme ich natürlich auch jetzt mittlerweile mit. So, was haben wir hier? Guck mal, Batteries nehmen wir auch mal mit. Wofür auch immer man die braucht. Swift Magazine. Ich merke schon, ich brauche eigentlich eine viel größere Waffenkammer. So, und ab dafür. In die nächstgrößere Stadt hier. Und da mal gucken, ob ich da schön Scrap Metal für mich finde, ne? Aber das wäre schon geil. Also... Liegt hier irgendwas Gutes? Nö, nur wieder Stoff. Aber das hat er? Ist hier noch irgendwo einer? Hört sich so laut an, ey. Ja, komm, Civilian Bullets nehme ich mal noch mit. Hier liegt doch auch immer noch irgendwas. Poncho, nö. Vaccine. Das spritze ich mir einfach direkt mal. So. Kann er auch beim Rennen. Der kann sich beim Rennen Schuss setzen. Das ist voll der Mega-Hardcore-Junkie. Der Typ, der kann alles, ey. So, ähm, wo fahre ich denn mal hin am besten? Fahre ich jetzt rechts in die Stadt oder links am Anfang in die? Weil da ist... Ja, ich glaube, ich fahre da, wo mein altes Haus ist. Weil da ist tatsächlich eigentlich diese Hardware-Store. Da sind die Docks. Da sind, ähm... Äh, ja, hier die, äh... Die Werkstatt ist auch noch da. Essen. Aber ich weiß nicht, was hier ist. Also hier ist... Hier findet man irgendwie nicht so viel. Aber ich könnte ja eigentlich hier durchfahren. Und zu der anderen großen Stadt, wo ich letztens schon noch mal hin wollte. Mal hin, so langsam. So. Klärtsch. Schon überlaufen gefahren, den Spackowell. So sieht's nämlich aus. Oh. Oh. Ich wollte nur anhalten, um dem zu fragen, ob er dem mal hinten helfen kann, den ich gerade überfahren hab. Aber... Da war wohl auch nix. Ach, hier ist dat. Das hat mich wieder vertan. Wo komm ich denn nochmal dahin? Hier ist nur das. Ach ja, ich hätte hier links abbiegen müssen. Genau, das war's. Hier links, so. Fällt ja wie so ein Panzer-Ding. Du kannst einfach volle Kanne so... 90 Grad Kurve! 90 Grad Kurve! Geht richtig gut mit dem Auto. Also die sind sehr, äh... Ja, nur ausweichen kann man damit halt schlecht. Die ziehen immer schon so zu einem hin, ne? Und ich sehe gerade, dass hier jemand Euro Truck Simulator 2 zockt. Respekt! Das sind nicht so meine Games, also... Oh! Sorry! 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 Aber ich glaube, wenn man die immer umfährt, weil ich glaube, die schlagen das Auto einmal, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Äh... Wenn man, äh... Wenn man die über den Haufen fährt. Weil jedes Mal machen die die Animation dafür. So, hier ist der Airport. Ja, komm, dann gehen wir halt nochmal in den Airport rein, einfach. So, erstmal dealen wir mit dir hier. So, zack, Todbisse. So, ihr auch. Steigen wir nochmal ein. Hupen nochmal schön. Guck mal, da ist dann einer ganz, ganz leise und easygoing neben mir, so. Boah! Alter, stirbt er einfach. Gibt's doch nicht. Guck mal, dann nochmal Batteries. Zivilian Bullets. Oder habe ich hier noch so? Ich bräuchte mal irgendwas... Oh, guck mal, Military Bullets. Hier ist richtig schön viel. Forest Helmet. Und ich finde immer nicht die scheiß Straße, wo das ist, ne? Ähm... Ja, Purification Tablets. Vaccine. Aber das ist nur gegen die Strahlung, das Vaccine, meine ich. Und hier habe ich auch Night Vision Goggles gefunden, übrigens. Die zeige ich euch nachher mal. Die hätte ich eigentlich mal aufsetzen können, wenn ich hier nachts so rumgurke. So, was haben wir hier noch? Kommt hier gerade noch einer? Nein. Da kann ich mich ja eben schnell verbinden. So. So, Adrenalin. Spritzen wir uns auch noch. Zack, rein damit. Und ich verbinde mich einfach nochmal. So. Jetzt kann ich wieder wie ein tapferer Katana-Krieger weiterkämpfen hier. Oh, zack. Oh. Das hat der aber auch nicht immer direkt. Also, da muss ich noch ein bisschen beim Aiming arbeiten mit dem Schwert hier. Klatsch. Hä? Du? Soll ich nicht bekommen, dass ich hier bin aus? Ich hebe mir jetzt halt mal die Sachen auf. Ja, ja. Mach dir keine Mühe. Kommt hier irgendwo einer runter? Ich habe doch hier gerade so merkwürdige Geräusche gehört. Ist hier irgendwas? Ich würde ja hier irgendwo so mittendrin im Treppenhaus einen spawnen lassen, weil der so richtig schön ätzend ist. Weißt du das hier? Oh, Pocket Knife. Da ist er. Ich höre hier doch was. Guck mal, da ist er. Na, Koch? Hä? So. Was ist das hier? Schoolbag brauche ich nicht. Tasse. Lampe brauche ich nicht. Mein Nägel. Weißt du? Nägel habe ich genug. Ich brauche Bolzen. Da haben wir hier eine Magnum. Die nehme ich einfach mal zum Spaß jetzt so. So. Ist hier jetzt noch eine oder nicht? Swift Magazine. Eine Uzi. Komm, da ist da einer. Bam. So sieht es nämlich aus. Einfach mal in eine Fresse geschossen. Okay. Dann mal ab hier runter. Guck mal, da ist einer da unten. So sieht es aus. Kriegen einfach alle einen in den Kopf hier. Oh. Kommt hier einer hoch etwa? Dort. Kommt noch einer? Wie laut er da wohl ist. Von einem Hallen hier. Warte mal. Ich konnte hier so. Ich konnte noch irgendwas drücken hier. Semi-V. Okay. Hm. Bringt mir nicht viel. Okay, mach mal den Winchester Clip mal wieder rein. Und guck mal, was da hinten diese Lagerhalle für mich zu bieten hat. Weil ich brauche Scrap Metal für Bolzen. Ja, weißt du? Da hast du so riesige Platten. Und dann kriegst du ja nur zweimal Bolzen raus, wenn du die über dem Feuer ein bisschen erhitzt. So. Und da steht einer. Und den kann man noch ganz, ganz schlecht erkennen. Also zumindest ich hier. Mit der super Studio Beleuchtung hier oben. Weißt du? Die Softbox. Die ist so laut. Kommt einer? Nö. Was ist hier? Guck mal da. Military Bullets. Ja. Was habt ihr denn hier noch so für mich? Da nochmal Military Rounds. So, in den Kopf. Das hier braucht niemanden mitbekommen. Einfach mal so, ne? So, komm mal. Dann Koch noch. Oh. Jetzt habe ich aber noch irgendwo einen gehört hier. War nicht nur er. Da. Ja, komm. Blöder Koch. Wo kommst du her? Wahrscheinlich irgendwo von hier hinter so hergegammelt, ne? Ja, unglaublich, ey. So, ein paar Civilian Bullets noch. Und weil ich alles schönes weiteres hier finde, ne? Das seht ihr in der nächsten Folge. Und ganz wichtig, wenn euch das gefallen hat und ihr seid zum ersten Mal hier, Abo da lassen und vielleicht auch ein Like oder ein Kommi, ne? Wie auch immer ihr wollt. Aber ich verabschiede mich und sage mal, bis morgen. Tschüss.